okay wir haben schon mal ein Fass die Kümmer Sachen runterfallen lassen sowieso Käfige oder Gefängnisse aber das niemand drin jeder sieht uns wohl gleich naja es gibt keinen drin ja bitte kümmer dich um mich jeder kommt da rein der kommt da rein in die blöde Ecke aber nicht das war ein bisschen und schneller Kinder vor uns und weg kurz er macht ein bisschen viel damit aber ich habe nicht mehr so viel so direkt hinter mir lass mich weiter gehen eigentlich kann man die immer im Nahkampf kaputt machen weil wir sonst viel zu viel Munition kaputt machen außer der Explosive fangst du jetzt langsam wieder genau nein ich hasse es wenn ich am Boden bin wenn ich dann die Craftlink nicht benutzen kann und jetzt treffe ich natürlich im Chaos nicht ich habe aber aber mit seinem dämlichen Schutz schild ich muss auf exklusiv achtgeben aus dem weg der schien nicht exklusiv also jetzt kommt auch noch ach ne leo schon gedacht dann ballert schon im gegner rum so kommt macht ein das kräftigen hier haben wir stein das mit ihr also ich hänge in der ecke nur toll ja wie ich diese gegner liebe ich liebe sie wirklich so richtig zum kuscheln vor allem weil der auch so schön aussieht und die haben mich auch nicht mal getroffen ach so wir haben da oben ja noch was nein ich hab wieder gewechselt na toll ich treffe die dinge gar nicht und jetzt bringt es sowieso nichts mehr weil er gleich wieder sein schild aktiviert da sag ich doch da ist doch ein schießen da ja jetzt geht doch mal kaputt ja hallöchen na die blöden ecken was hat denn der dir ach so das war eine schaufel so aus wie so ein stahlträger leo ich bin ein bisschen gesellschaft mit ich glaube jetzt macht er wieder seinen angriff aber nicht auf mich mein freund er kriegt erst mal eine kiste reingebatzt dann habe ich noch ein paar steine für dich und den letzten stein den bekomme ich hier nicht oh leo nein verdammt ich sollte hier zu aufstehen wenn wir gerade hier sind leo und na warum schwingt das herum und tschüss oder auch nicht verdammt verdammt unfair also die zusammenstellung ist mir richtig mies ich meine der sklaven treiber der halt deine bohnen fest und dann wird man auch nur von sklaven getötet ja genau von euch genau von euch rede ich genau alter wo rennen wir jetzt sind einmal außen rum oder was schnell weg so war das jetzt ein double triple das war ein einfacher sogar so komm her nein nein geh weg eigentlich auch sein blödes schild das mag ich gar nicht so da hinten ist noch einer explosiv aber was war das einfach mal so plötzlich hier fast tot komm her komm her komm her he 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 also wir uns können wir das noch ewig machen mir macht das nix na komm na komm ja na ja komm ja komm ja komm hier bin ich kann das auch mal sein blödes schild weg machen so wir müssen den glaub nur am boden halten bis sie sein schild aktiv macht und dann wieder weg und da kommen nicht wieder so eine gegnerwelle oh ja jetzt kommen auch noch große nein oh smick den muss schön auf abstand halten vor allem den ganz großen so jetzt geht's wieder los hallo ich hab dich doch da hierhin getan nein warum ging es jetzt so schnell es war doch jetzt relativ schnell ich hab gar nicht mehr so viel die haben sogar waffen oh je nein weg 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 ganz schnell weg leo 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 ich hab gesellschaft und da ballern noch eine weiche ok ok warum hab ich granaten ausgewählt ach fuck man ich hab keine waffe beziehungsweise meine waffen sind leer wo sind die mit den schusswaffen na komm das muss doch reichen na toll jetzt könnte ich einen down machen jetzt hab ich keine waffen leo schieß doch schieß doch schieß doch schieß doch schieß doch spacko so in der nächsten valley da kommt ein expliziver und die keine ahnung was ich gegen den anrichten soll fünf schuss ah ne 45 oh headshot zum glück ein bisschen lucky shot aber egal so die anderen sollte ich jetzt am besten den locker fertig machen auch wenn es ein ganz großes oh nein leo nein ich weiß gar nicht wie ich den schaden zufügen soll so ich roll mich mal zu dir hin und ich roll gleich weiter tschüssi na nicht in die richtung weil da dicker sack und so you know oh nein ich hab auch noch die pumpe das ist mal mein kampf lass aufpassen ich hab keine munition ich hab ich hab keine munition und und fahr ich hab We gotta get out of here! Yeah! Fuck you, freaks!